Hallo und herzlich willkommen zu warzone deutschland mein name ist fresh kayo und hier kommen die fettesten clips viel spaß damit und los geht's ich habe das immer wenn du so um die ecke stirbt oh my god man was hast du glück gehabt der heli fällt auf mein kopf oh mein gott jetzt sind alle geht es gerade hoch die landen immer da hinten das weiß ich vom kai noch habt ihr das gesehen habt ihr das bitte gesehen hey wenn hier irgendjemand ist könntet ihr das klippen was sehe ich hier der arme bratwurst money den müssen sie jetzt irgendwie töten irgendwie müssen sie den töten fünf minuten später zwei jahre später willkommen zu fokin wot city drei jahre später äh chan twitch rivals gibt es erstmal nicht ne ja ok ich habe mich auch gefragt ich habe mich auch gefragt oh mein Gott oh mein Gott ich schiebe dich ich bin unter beschuss ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit auf der Sein Beschuss! Zeig danach! Scheppe, Alter! Wo die Kiste ist? Was ist bei dir hinten? Da. Da war gerade einer am rumeiern. Ähm, der lebt noch, ne, oder? Der lebt noch, ja. Nein! Dein Ernst! Dein Ernst! Kämpfen auf einem ganz, ganz anderen Niveau, ey. Einer soll ganz oben sein, Bro. Bitte! Das sind nur noch fünf Teams, sollen wir jetzt einen ruhigen machen? Ja, das schon mal. Ja! Könnte ich mir jetzt schnell ein Level abmachen? Ja, kein Dingstall. Ja, der Monik ist noch, hoffen kann. Konische Krankheiten sind echt ne miese Nummer, Mann. Ich habe noch einen Cluster. Kick, kick. Ich bin nicht ghosted. Enemy, UAV, Gegner. Oh! 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 What? Fuck! Er heißt Snipes. Snipes. Okay. Ich glaube, das war... Falls du auch so geile Clips hast, wie in diesem Video, dann schick uns die doch einfach zu. Leute, und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf die Glocke, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen hoch. Wir würden uns sehr freuen. Peace out!